Jetzt ist die Stunde gekommen, die Stunde. Ich wollte nur noch einmal ganz kurz sagen in eigener Sache, es war großartig für uns hier in München wieder mal bei euch zu sein und es war großartig hier im Vorprogramm von dieser Tour, die morgen zu Ende geht, mit Deep Purple zu sein. Sie sind super drauf und haben uns super behandelt, die ganze Tour hat total viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es euch mit uns Spaß gemacht hat und wir hoffen noch mehr, dass es euch, ja. Und wir werden sicher sein oder wir sind sicher, dass es euch gleich mit Deep Purple auch ganz viel Spaß machen wird. Einmal noch, alle München, Hände hoch, Hände auf, Hände auf. Wir sehen uns, hier ist King of Falls. Hände, Hände, Hände hoch, Hände hoch. Wir sehen uns, wie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 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 ja.